Im heutigen Video teste ich den High-Protein-Joghurt von Ermann in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Damit der Joghurt eine cremige Konsistenz annimmt, empfiehlt es sich, ihn einmal ordentlich durchzurühren. Hier könnt ihr ganz gut erkennen, dass der Joghurt richtig schön cremig geworden ist. Im Joghurt selber befinden sich noch einige kleine Erdbeerstückchen. Beim Testen habe ich mich sofort an die Fruchtsäge erinnert gefühlt, weil hier der Erdbeergeschmack richtig schön mild ist und auch der Joghurt selber keinen säuerlichen Beigeschmack aufweist. Die Erdbeerstückchen im Joghurt sind sehr weich und haben eine leicht süßliche, fruchtige Erdbeernote. Ich finde diese Sorte richtig lecker, er ist nicht zu süß, schön cremig und schmeckt auch richtig gut nach Erdbeere, so wie man es erwartet.